hallöchen liebe freunde der gepflegten lichtuntermalung herzlich willkommen zu meinem dmx einsteiger tutorial was passiert in diesem tutorial was wollen wir erreichen ganz einfach ich möchte euch gerne zeigen in diesen insgesamt wahrscheinlich drei teilen werden vom aufbau über die zehn programmierung bis zur fertigen programmierung von programmen und vielleicht noch ein paar anfänger tipps und so weiter ich gebe das ist das ziel dieses tutorials ja ich hoffe ich kann euch damit ein bisschen weiterhelfen ja wir werden anfangen mit meinem setup wie stellt man die geräte ein also die adressierung von den einzelnen geräten oder scheinwerfern in meinem fall dann wollen wir natürlich auch ein paar bühnenbilder programmieren also die zähne die einzelnen und ja diese einzelnen zähne dann auch in fertige chase programme dann zusammenfügen und ja und wie man das dann am besten macht mit der bedienung ja genau das ist das ziel des tutorials ja fangen wir einfach direkt an mit unserem setup wie ihr seht ich habe vier led flatpaar scheinwerfer oben montiert auf meinem stativ ja also es gehen auch natürlich für dieses tutorial auch alle anderen scheinwerfer das muss weder flat sein das muss weder led sein wichtig ist halt nur dass sie per dmx programmierbar sind ja meine scheinwerfer hier habe ich von einem großen deutschen online händler erworben für circa 50 euro das stück ich bin recht zufrieden damit die lichtausbeute ist wie ich finde sehr gut für den preis und auch die farbdarstellung ist durchaus okay also gerade für einsteiger geräte durchaus geeignet ja ich werde euch den link zum shop auch noch mal unten in der video beschreibung verlinken dann könnte ich einfach darüber informieren falls ihr noch keiner habt ich kann sie auf jeden fall für einsteiger auf jeden fall empfehlen ja warum habe ich meine scheinwerfer oben montiert auf dem stativ der grund ist ganz einfach je nach veranstaltung wo ich bin schalte ich auch immer ganz gerne noch ein paar effektgeräte dazu also moonflower strobo oder vielleicht auch mal ein paar laser je nach veranstaltung unterschiedlich und ja die hänge ich dann halt unten an stativ ran und ja das ist der grund warum ich meine oben montiert habe kann aber jeder machen natürlich wie er möchte ja vielleicht noch einen ersten kleinen einsteiger tipp nachdem ihr die scheinwerfer das erste mal montiert habt nummeriert sie durch einfach aus diesem grund wenn wir jetzt hier programme programmieren lauflichter so wie dieser jetzt hier beispielsweise deshalb wichtig dass die scheinwerfer auch bei der veranstaltung in der richtigen reihenfolge montiert werden und manchmal muss es ja dann schnell gehen dass man hat man stress und so weiter deswegen nummeriert sie durch sagt einfach ganz links fängt die eins an und das geht dann durch bis zu vier und dann hat man einfach da keine probleme und muss nicht groß nachdenken in welche reihenfolge man die scheinwerfer montiert ja kommen wir zur adressierung der geräte ist eigentlich ganz einfach die meisten geräte haben mittlerweile auch ein kleines display das heißt man kann auch recht schnell erkennen was man da gerade einstellt an den scheinwerfern an sich ja unsere geräte werden insgesamt 16 kanäle später belegen auf unserem controller das heißt wir adressieren die einzelnen scheinwerfern immer mit 16 kanäle abstand das heißt unser erster scheinwerfer kriegt die dmx adresse nummer eins denn 16 weiter denn der zweite natürlich die adresse 17 der dritte die 33 und der vierte die 49 und wenn wir das dann alles mal zusammenzählen dann haben wir insgesamt 64 kanäle verbraucht 16 kanäle mal 4 kommen wir auf 64 ist eigentlich ganz einfach wenn man das prinzip einmal verstanden hat wichtig ist halt die information der controller belegt pro gerät 16 kanäle und deshalb ist die adressierung entsprechend ja kommen wir auch direkt zu meinem dmx controller wahrscheinlich einer der wichtigsten teile in dem setup da ist eigentlich ganz ganz handelsüblicher dmx einsteiger controller reicht aus für veranstaltungen wie hochzeiten geburtstagen ja dafür reichte auf jeden fall aus jetzt für diskotheken oder sowas ist ja wahrscheinlich nicht geeignet weil man ist schon eingeschränkt sage ich mal also mit einem kleinen setup von vier scheinwerfern und dann noch zwei effekt geräten dann kommt man schon langsam an seine grenzen dafür reicht auf jeden fall aus ja dieses gerät hat ungefähr 100 euro gekostet ich denke auch ähnliche hersteller und kosten auch ähnlich viel ist nichts nichts besonderes ganz normaler dmx controller mit 192 dmx 512 kanälen ja hat 30 bänke wo ich acht bühnenbilder oder zehn abspeichern kann ja um euch in kleinen überblick zu verschaffen über die einzelnen bereiche und tasten auf diesem dmx controller würde ich einfach mal ganz links anfangen da habt ihr zwölf geräte auswahl tasten bei mir steht drüber scanners das liegt einfach daran da mein controller auch für scanner und moving heads geeignet ist er hat halt hier zum beispiel auch noch den pen und tilt joystick brauchen wir jetzt für unser tutorial nicht und braucht ihr auch nicht wenn ihr einfach nur scheinwerfer habt also solange ihr keine scanner habt oder sowas braucht ihr das nicht ja das ist einfach der grund warum das hier bei mir scanners heißt und nicht geräte oder was weiß ich genau aber es funktioniert genauso wir können zwölf geräte ansprechen mit diesem dmx controller a 16 kanäle dann kommen wir nämlich wieder auf die 192 kanäle insgesamt ja und wenn ihr eure scheinwerfer genauso adressiert wie ich eben schon gesagt habe also bei 1 anfangt dann sind diese geräte entsprechend auf den tasten 1 bis 4 das heißt der linke scheinwerfer ist auf der 1 und der rechte auf der 4 genau und wenn wir nachher zum programmieren kommen dann ist es auch ganz einfach ihr könnt einfach die geräte die ihr jetzt programmieren wollt selektieren einfach einmal auf klicken dann leuchtet hier eine kleine taste und dann sind halt die einstellung die hier vornehmt an den fadern die werden dann auf die selektierten geräte angewandt dazu aber auch später mehr ja bleiben wir direkt kurz bei den fadern wie ihr seht haben wir nur acht fader aber ich habe ja vorhin gesagt dass wir 16 kanäle belegen pro scheinwerfer ja ich denke mal das haben die einfach aus platzgründen gemacht ich denke mal wenn man ein paar euro mehr ausgibt hat man wahrscheinlich auch 16 fader deswegen hat man das hier auf diesem controller so gelöst dass man hier eine page select taste hat wenn man darauf klickt springt diese kleine led hier um auf den 9 bis 16 und das bedeutet jetzt könnte man die kanäle 9 bis 16 für die geräte bedienen und wenn man wieder zurück schaltet jetzt werden die kanäle 1 bis 8 modifiziert in den meisten fällen also meine scheinwerfer belegen auch nur acht kanäle meistens braucht man auch nur die ersten acht das ist dann eher bei einem laser habe ich zum beispiel auch da brauche ich dann auch mal alle 16 kanäle aber in den meisten fällen reichen die kanäle 1 bis 8 aus ja genau und wenn wir jetzt hier unsere geräte selektieren und hier ein bestimmtes bühnenbild ein speichern oder auswählen erstmal dann können wir diese einstellungen auf einer szene hier oben speichern wir haben 18 zur verfügung insgesamt auf 30 bänke verteilt das heißt wir können insgesamt 30 mal 18 programmieren eine szene ist im endeffekt ein standbild wenn ich jetzt mal ganz kurz den automatik modus vorlasse dann seht ihr programm hält an und ihr seht jetzt haben wir alle vier scheinwerfer rot das heißt das ist ein 10 bild und sieht ja auch in diesem kleinen display das ist jetzt das 10 bild 1 sn1 auf der bank 10 das heißt genau speicherplatz 10 szene 1 wird gerade angezeigt wenn ich jetzt hier wieder den automatik modus aktiviere dann sieht man dass der hier auch entsprechend weiter läuft und die einzelnen szenen abspielt die hier in diesem programm eingestellt habe ja auf der rechten seite da haben wir sechs chase buttons chase sind im endeffekt die fertigen programme die wir später programmieren werden und die wir dann später über diese sechs tasten abspielen können ziel des ganzen ist es ja dass wir alles zu hause vorbereiten die ganzen programme vorprogrammieren und dann auf der veranstaltung nur noch die einzelnen programme auswählen eventuell kombinieren man kann jetzt hier nämlich auch momentan läuft programm nummer eins man könnte jetzt hier auch noch programm nummer zwei zuschalten dann würde jetzt nachdem das programm eins abgelaufen ist so wie jetzt gerade das programm zwei anfangen und die wechseln sich dann quasi ab je nachdem welche programme man hier gerade ausgewählt hat man kann natürlich auch immer nur eins laufen lassen ja dafür sind diese sechs buttons hier man kann natürlich nicht nur einfach die programme abspielen sondern man kann sie auch noch ein wenig modifizieren und das geht über diese beiden fader der linke bestimmt die wartezeit zwischen den zehn bildern also wenn man jetzt hier diesen mal runter zieht dann wird man sehen hier am display sieht man es auch wie lange gewartet wird jetzt steht auf vier sekunden das heißt alle vier sekunden springt er zum nächsten bühnenbild ja das kann man halt recht schnell einstellen bis zu 0,1 sekunden oder halt bis zu zehn minuten bei mir ja ich denke mal wieder auf schnell und dann in kombination mit der überblendzeit also der fade time kann man dann halt noch einstellen wie ja wie lange die 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 übergangszeit ist da sieht man auch ein wenig dass die farben vom rote ins blaue leicht überblenden und so weiter wenn ich jetzt die feldzeit komplett aus mache dann sieht man dass die farben einfach nur wechseln 0,1 sekunden und wenn ich die feldzeit hoch stelle dann gibt es einen übergang zwischen den szenen ja ganz langsam hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser da sieht man wie die farben ineinander übergehen ja genau so stellen wir mal wieder was ein wie ich es immer ganz hübsch finde so ist ganz hübsch für schnellere musik geeignet ja was gibt es sonst noch für interessante buttons auf dem controller ja natürlich der automatik modus den findet ihr hier bei mir oben hier ist die auto del taste damit kann man habe ich ja eben schon mal vorgeführt den automatik modus verlassen und halt auch aktivieren und man kann das ganze auch noch musikgesteuert machen über diesen controller es gibt hier ein eingebautes mikrofon bei mir kann ich sogar noch ein audiokabel anschließen das dann genutzt wird alternativ zum mikrofon das ist manchmal ganz praktisch wenn man zu viele hintergrundgeräusche hat und der controller aber nur halt auf die reine musik reagieren soll dann kann ich bei mir auch noch ein audiokabel anschließen ja im musikmodus gleiche prinzip wechselt halt zwischen den 10 je nach musik wenn ich jetzt hier klatschen dann sieht man dass dann die 10 bilder wechseln ist manchmal ganz praktisch die musiksteuerung aber in der praxis benutze ich es eher selten ja ja und das war es auch schon soweit zu teil 1 vielen dank fürs zusehen bei teil zwei werden wir uns dann erstmal mit den programmierung von einzelnen bühnenbildern oder 10 beschäftigen und ja vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal bei bei und tschüss okay geht